hallo und herzlich willkommen zurück zu die stück sogar den wassertropfen daraus die sich mittlerweile über festbacken das ist ja auch nicht mehr normal okay so gerade aufgestanden schon wieder eine wolfspende vorm haus so die hätten wir wo ist unser leustchen da ist es könntest du bitte reingehen komm kann ich das hier irgendwie regeln aber das ist die die draußen ist nicht hier so mache aus den ähnen der haustier nehmen passiert jetzt was haben jetzt folge mir wird folge mir folge mir da drin ist gleich essen kommen jetzt aber wo essen kommt natürlich nicht so gut und schön drin bleiben jetzt gibt es erst mal essen jetzt habe ich denn noch davon dabei das muss raus so dass das in die da ist komisch hier gibt es jetzt essen kommt bei essen da liegt es was los aus die ablegen traurig ist traurig wahrscheinlich war ja nichts gegessen hat oder das wird es wohl sein jetzt hat er was gegessen muss ganz schön hungrig gewesen sein jetzt ist das schon das zweite schädchen wie lange war der denn draußen unfassbar oder jetzt aber nicht mehr traurig oder glücklich 33 tage alt er ist auch ne wart das ist ja gut da er ist 59 tage aus alt ist auch glücklich gut hier oben mama nix mehr aber können wir haben noch was nachfüllen und dann habe ich mir überlegt dass wir heute man eine hilfskonstruktion bauen um er ist am branden ok ja unten in der verstärkung zu bauen also das mit dem eingang da vorne gefällt mir ja so noch nicht sollten wir was unternehmen so die pilze kommen wieder zurück ihr bleibt drin glaube er ist übers dach abgehauen ist hier so und dann da runter gesprungen sicher bin ich nicht aber möglicherweise ist das so weil er liegen hier rum kommt man nicht ran oder wo ist der jetzt da drin tatsache oder kann ich da rein hüpfen also kriege ich den pfeil wahrscheinlich nie da raus klasse der ist echt da drin so hilfskonstruktion weil das schwebt ja hier so in der luft und das möchte ich eigentlich gar nicht so kann ich denn wenn ich jetzt zum beispiel den hier da kann ich den da unterpacken ja von hier aus schon mal gar nicht stehen dahinter packen nee das geht auch nicht dann müsste ich ja alles wieder weg bauen ja also was liegt denn darum eine kappe müssten wir ein schwimmendes fundament hier drunter packen zwar jungen sind die sohn da ein händern hier ein händen und direkt darunter ja man kann schauen ziehe die ich nicht sissi line dahin und ja komm jetzt da und schwimmen lassen sie sich die dinge noch schlechter setzen als vorher darauf würde ich denn die packen und zwar dreimal da müsste ich oben den boden allerdings noch mal wegreißen da und hier und dort so die müsste ich zuerst bauen dann die hilfskonstruktion würde ich dann von hier starten und zwar mit ganz normalen ja sehen hier ne also habe ich mal dann hier sind dass ich so da hinten in die richtung kommt und beim nachher beim rückwärts gehen kann man die ja hoffentlich dann noch mal einsammeln und und ja hier so die sachen raus fischen hier liegt jetzt auch noch so ein ding der röst macht das gift lotz ja so war die idee ne das gefällt mir nicht wenn da unten zeugt im wasser schwimmt das ist doof ich sehe mich doch schon wieder am wasser landen oder mache ich denn das und da hinten runter oder das wenn ich hier und das springe das muss doch funktionieren oder genau es funktioniert so er wird nämlich gleich jede menge im wasser rumliegen das muss ich aber alles nacheinander irgendwie abbauen ja 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 nennt sich das dann hilfsgerüst oder so schaffe ich das jetzt schon darunter im fall so das heißt die standort belegt also dann kann ich den rausnehmen und dann können wir hier in ruhe weiter bauen ich baue mich ganz nach hinten verliegen noch mehr stänge 5 8 ständen da drin liegen die 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 so klappt es jetzt ich traue mich nicht so wenn der jetzt gebaut ist komme ich dann in dem hier ran immer noch nicht aber jetzt jetzt komme ich doch daran oder glück gehabt so schmeiß ich jetzt noch mal hin das das krass wir brauchen das ist aber ziemlich weit hinten da liegen welche da hinten sind welche ist ja nur eine hilfskonstruktion dann brauchen wir ton und kiesel 78 jetzt müsste ich aber hier runter springen können oder aber natürlich so und weiter geht es haben wir gelernt wir müssen ganz dicht dran um die rausfischen zu können da würde ich das mal so machen und so und da hinten dran einen noch kommen einen noch ist ja egal kurz vorm klo in die hose gemacht jetzt aber ging doch die ganze zeit gut 6 2 nein du nicht 7 das sollte doch jetzt reichen oder das sollte jetzt reichen um die ganzen stänge darauf zu sammeln hin und her und her und hin na hier das waren auch mal mehr da liegen jede menge säckchen von rüsselkäfernasen was bedeutet das die ameise hat alles platt gemacht schade schade wollte der mir gerade nachlaufen habe ich das richtig gesehen so komm ich ran komm ich ran komm ich ran komm nicht naja klar das sollte es da gewesen sein und jetzt müssen wir all the way da hinten hin tja das hier sieht ja irgendwie nicht richtig aus ich muss ja sowieso noch unterstützt werden da brauche ich noch ein paar dinger und also so diese essen die eigentlich ja wie heißt dann die das da wieder abbauen da sind wir jetzt ja wahrscheinlich zwei folgen am stück nur am wieder abreißen das ist eklig so viel gras habe ich hier gar nicht oder wenn man wird das schon wieder dunkel nee nicht sein zwei schläge zack gras kaputt und zwar soll ich das mal zeigen hier im status ich habe hier halt den hacker an für das beil zum hacken nur halte ausdauer dann hier graß hacker und atem holen das scheint gut zu funktionieren ja und dann darf man auch nicht vergessen was ich ja mit dem ding gerne und das ist schon auf level 7 macht glaube ich auch ein bisschen was aus wenn man die werkzeuge levelt auch nicht aber viel rum schon wieder voll so machen wir das mal zuerst wenn ich den jetzt aufnehmen oder 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 warum nicht ihn noch eben warum geht es jetzt nicht hallo warum kann ich dich nicht aufnehmen ich muss den mal frei bekommen irgendwie muss ich den frei bekommen wenn ich den hauen da kommt man ja nicht an wieso kommt man da nicht an so nicht normal ich kann mich darauf stellen ja wie geil ist das denn an ich stehe jetzt darauf okay gut und das hier ist auch schwierig musste ich erstmal hier raus bringen oder die stängel überall sind und den da hinten komme ich an den überhaupt dran hallo hallo so bitte in die richtung gehen die sind hier voll unter was bewege dich da hinten hin will er nicht macht er nicht will er nicht da kein bock zu steht die da überhaupt raus bekommen schwierig schwierig egal wir machen das trotzdem noch fertig langsam sieht es auch aus wie eine burg da hinten nicht jetzt wasserfall das hätte jetzt noch gefehlt und dann sollte das doch wenn ich das und spätestens das gebaut habe sollte das passen also noch zweimal laufen vielleicht könnten wir uns ja auch noch ein russi zähmen wenn auch eine idee aber in dem kleinen haus ne das ist ja tierquälerei frei haustiere in dem kleinen haus das geht gar nicht auf der burg nachher ja vielleicht aber dann im kleinen haus würde ich das mal lassen so habe ich jetzt da so vielleicht eventuell wenn man noch nicht einen noch wir müssen ja sowieso zweimal laufen ja klar ich weiß wenn ich die abbau landen im wasser aber wenn ich die rückwärts abbau können die im wasser landen nicht sammeln die wieder auf so ist der plan ob es funktioniert naja das kann ich noch nicht sagen das kann ich noch nicht sagen das kann ich noch nicht sagen los das wir mussten nur noch einmal laufen aber egal hier kann ich dich jetzt bitte aufsammeln dich kann ich aufsammeln dich kann ich kann ich doch bestimmt auch aufsammeln na na was sagst du lass mich dich aufsammeln das die finger von emanuela so aber wenn ich da jetzt mal alles abbau fällt dir alles nach unten ins wasser was bedeutet ja eigentlich dass wir das in der nächsten folge genau dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen und tschüss tschüss und brauch noch 7 cap